Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch so einen kleinen Glitch zeigen auf eigene Spiele. Dazu müsst ihr auf mehr Spiele gehen. ZDTV, dann Community, am beliebtesten. Dann auf eigene Spiele. Ich muss hier kurz warten. Dann sucht ihr hier dieses, wartet mal kurz. Assault, Diamant, drückt ihr drauf, dann auf ja. Dann steht da unten so ein kleiner Kasten, wo hijackt das auf, Diamant. Dann geht ihr einfach auf Bot-Einstellung. Einfach egal welche Bots, egal wie viele Leute, hinterher noch Start. Das ist völlig egal im Map, völlig egal wie viele Boots. Und zack, ihr habt die Waffen auf Diamant. Ihr habt alle Sturmgewehre jetzt auf Diamant. Das geht natürlich nur bei alten Spiele, habt jetzt alle Sturmgewehre auf Diamant. Also der Glitch ist einfach nur geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wünsche ich mir einen Daumen nach oben und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.